Hallo zusammen. Fahren wir fort mit unserer MS SQL Tutorial Video Reihe und heute besprechen wir Joins. Dabei erstellen wir eine zweite Tabelle, belegen diese zweite Tabelle mit Daten, mit noch mehr Insert Statements und dann werden wir diese zwei Tabellen miteinander joinen. Was ihr dafür wissen müsstet ist, entweder habt euch die vorherigen Videos angesehen oder ihr könnt euch mit Selects, Inserts und Create Table Statements aus. Kommen wir jetzt zum Programm Code oder zum SQL Code. Wir haben hier bisher eine Tabelle erstellt, wie ihr seid. Wir haben darauf ein paar verschiedene Statements ausgeführt und jetzt wollen wir noch eine zweite Tabelle erstellen. Was wir hier machen wollen ist ein Urlaubstool oder eine Urlaubswebseite. Dafür bauen wir jetzt eine Datenbank. Das machen wir wieder wie vorher da oben auch mit dem Create Table Statement und nennen das Vacation Request. Diese Tabelle heißt in dem Fall Vacation Request. Sie wird auch wieder eine Identity haben. Sie wird ein Vondatum haben, weil jeder Urlaub muss ja an einem bestimmten Datum anfangen. Da darf nicht null sein und dann haben wir ein Until Date. Beide Werte müssen vorhanden sein, deswegen haben wir hier gesagt Notenal. Dann haben wir noch ein Vacation Type. Damit wird man im Grunde angeben, welcher Urlaubstyp ist das. Ist das ein bezahlter Urlaub, unbezahlter Urlaub? Ich mache in dem Fall mit 24 Zeichen auch Notenal. Hier würde dann in dem Fall sowas stehen. Für eine bezahlte Vacation. Für eine unbezahlte Urlaubswebseite. Man könnte hier auch, um Platz zu sparen, eine Ganzzahl verwenden. Oder zum Beispiel einen weiteren Joint zu einem weiteren Tabelle, die die ganzen Vacation Types enthält. In dem Fall mache ich es mal so, damit wir noch weitere Tabellen nachstellen müssen. Und damit wir auch direkt lesen können, welcher Urlaubstyp das dann ist. Genau, und dann vielleicht noch ein Datum, wann der Urlaub beantragt wurde. Created on DateTime not null. Default, es gibt die Default Funktion. Diese setzt dann, wenn kein Wert angegeben wurde, die Spalte auf den vorgegebenen Wert in dieser Default Funktion. Dazu gibt es die Get Date Funktion, die holen das aktuelle Datum. Wir können die mal ausführen. Ich glaube, ich muss das in ein Select Packer machen. Lass mal hier rein. Select Get Date. Genau, und hier ist dann das aktuelle Datum. Wenn wir für uns created on Spalte nicht angeben, würde dann in dem Fall das aktuelle Datum genommen werden. Jetzt haben wir hier die Primary Keys. Und wir müssen in dieser Tabelle jetzt noch angeben, zu welchem Datensatz aus der Employee Tabelle gehört der Urlaubsantrag. Welcher der Mitarbeiter hat den Antrag beantragt in dem Fall. Das machen wir mit einem sogenannten sekundären Key Sekundärschlüssel oder einen Foreign Key. Nennt man den auch zumindest in MS SQL Employee ID. Wir geben der Spalte wieder den Namen Employee ID. Was diese Spalte macht ist, es gibt eine neue Spalte. Employee ID. int not null. Das kennen wir bereits schon. Das ist vom Datentyp Kennzahl. Darf nicht null sein. Es ist ein Fremdschlüssel. Und dieser Fremdschlüssel referenziert die Tabelle Employee und die Spalte ID. Also den Primärschlüssel aus der Employee ID. Ein Fremdschlüssel muss immer zu einem Primärschlüssel aus einer anderen Tabelle passen. Und den Primärschlüssel haben wir bisher hier diese zwei erstellt. Immer nur eine einzelne Spalte. Es können aber auch mehrere Spalten zu einem einzigen Schlüssel zusammengefasst werden. Wobei ich das relativ selten nutze. Ich denke das reicht jetzt für unsere Tabelle. Die würden wir jetzt ausführen. Haben damit jetzt die Tabelle erstellt. Ich klappe hier das ganze Zeug zu, damit wir etwas. Jetzt wollen wir Daten in diese Tabelle eintragen. Das machen wir wieder mit einem Insert. Ich klappe hier links auf Tables. Hier sehen wir unsere Location Request Tabelle. Und hier sehen wir die einzelnen Spalten. Insert into Location Request. Dann geben wir die Spalten an die wir setzen wollen. Employee ID. Front Date Until Date Location Type. Diese wollen wir setzen. Die Creator wollen wir nicht setzen. Weil darauf haben wir ja hier oben bereits einen Default Wert gesetzt. Und die ID wollen wir auch nicht setzen. Weil die wird von diesem Identity Funktion verweistet. Jetzt geben wir die Values an. Was wollen wir da eintragen? Employee ID. Wir selektieren mal unsere Employees. Und schauen nach welche ID es es da gibt. Dmitri Patok. Ich will für mich jetzt einen Urlaub eintragen. Mit der ID 2. Also sage ich hier. Employee ID 2. Komma. Dann kommt From Date. Ich will einen Urlaub von 2020 minus 01 minus 01 bis 2020 07 sagen wir mal. Eine Woche Urlaub. Und dann sage ich welchen Urlaubstyp ich haben wir. Das wäre in dem Fall haben wir das bei uns hier bei Vacation. Das wäre ein bezahlter Urlaub. Wir versuchen das mal einzufügen. Und das hat funktioniert. Und wir jetzt mal auf unsere Vacation Request ein Select machen. Sehen wir dann auch einen Urlaubseintrag. Und wie ihr seht die ID wurde automatisch gesetzt. Und die Created Turn wurde auch automatisch gesetzt. Jetzt will ich mal noch ein paar weitere Urlaube beantragen. Weil sagen wir mal ich wieder am 04.01 bis 04.07 einen Urlaub haben. Führen wir mal auch aus. Dann schauen wir mal welche Urlaubs, welche Mitarbeiter wir sonst noch haben. Und dann haben wir diese Savanne Hand mit der Reihe D3. Die will vielleicht einen Urlaub vom 05.05 bis 05.09 haben. Die geben wir auch ein. Und dann vom 01.05 bis 01.09. Wir finden einfach mal ein paar Datensatz von der Reihe. Damit wir etwas an, womit wir arbeiten können. Genau. Wir schauen mal was jetzt da drin ist. Wir haben vier Urlaubsanträge. Für Mitarbeiter 2 und Mitarbeiter mit ID 3. Die wir sehen. Die sind alle spezielle Urlaube. Wurden alle zu diesem Zeitpunkt darstellt. Und sehen wir hier sind von den Pistaten. Damit haben wir auch eine zweite Tabelle erschüttert. Und jetzt wollen wir diese Tabelle joinen. Wie machen wir das? Wir machen ganz normal ein. Select Stern From. Dann geben wir die erste Tabelle an die linke Seite an. From Employee. Dann sagen. Und hier können wir jetzt ein Alias vergeben. Weil das macht es uns einfacher SE. E. Dadurch sage ich im Grunde. Diese Tabelle heißt ab jetzt E. Oder kann mit E angesprochen werden. Weil dadurch sparen wir uns jetzt. Wir sind die Schreibarbeit. Dann wollen wir ein join hinzufügen. Es gibt unterschiedliche jointypen. Es gibt zum Beispiel den left join. Dann sage ich welche Tabelle ich dazu joinen will. Vacation Request. S. V. Klein v. Jetzt muss ich sagen. Welche Spalten sind die Schlüssel über die ich joinen will. Und E Punkt. Hier muss ich den Primärschlüssel wählen. E Punkt ID. Ist gleich V Punkt. Und den V in der Vacation Request war die Sekundärschlüssel ID. Employee ID. Was wir hier machen ist. Wir joinen. Weil wir wissen. Die ID hier. Und die ID hier. Stimmen immer überein. Deswegen verbinden wir alle Datensätze die diese Übereinstimmung der ID haben. Jetzt führen wir das mal aus. Und wie ihr seht es hat funktioniert. Hier haben wir für den Mitarbeiter Patuk und Hand diese zwei Urlaubsanträge. Läuft. Wir fügen jetzt mal einen Urlaubsantrag für einen Mitarbeiter der nicht existiert. Zum Beispiel für 12. Mal schauen. Was passiert. In dem Fall sagt es okay. Funktioniert nicht. Weil dieser Mitarbeiter gibt es nicht. Und dafür sind diese V in Key Constraints sehr gut geeignet. Weil dadurch kann man schon Fehlermeldungen abfangen. Dann falls man jetzt aus Versehen ein Mitarbeiter. Ein Urlaub für einen Mitarbeiter 25 in Zug gefügen will. Aber dieser Mitarbeiter existiert nicht. Dann wird einem automatisch die Fehlermeldung geschmissen. Und wir haben immer noch die vorherigen Daten drin. Das war jetzt so ein Left Join. Ihr seht auch hier wie dieser Left Join sich auswirkt. Ich würde versuchen mal was anzuzeichnen. Weil ihr könnt ja bestimmt diese Venn Diagramme. Es gibt hier einen Kreis. Das sind zwei Datenmengen im Grunde die sich übereinschneiden. Und ein Left Join. Wir haben hier die Tabelle A. Wir haben hier die Tabelle B. Und ein Left Join würde dann alles aus der linken Seite der Tabelle nehmen. Und alle Daten die dazu übereinstimmen in der rechten Seite der Tabelle. Und das haben wir auch hier gesehen. Linke Seite. Sind alle Daten hier drin. Plus die Daten der rechten Seite die dazu passen. Wenn wir jetzt ein Right Join machen wird es genau umgekehrt sein. Ich film das mal aus. Und wir haben alle Daten der rechten Seite. Hier von der rechten Seite an. Plus alle dazu übereinstimmenden Daten der linken Seite. Weil dadurch wenn wir das jetzt mal wieder anzeichnen. Das war hier ein Left Join. Right Join ist. Boah ich bin schlecht im Zeichen. Wir haben hier diese Tabelle die jetzt selektiert wird. Plus alle dazu passenden Daten aus der Tabelle A. Dann gibt es noch den Immer Join. Ist dasselbe in dem Fall dasselbe wieder. Right Join. Es selektiert dann immer nur die Daten die in beiden. Und immer Join ist dann diese Fläche hier. Wenn wir jetzt in der rechten Seite mehr Daten hätten. Als in der linken Seite. Also Daten die in der rechten Seite nicht zur linken Seite passen. Was bei uns aktuell durch einen Constraint verboten wird. Hätten wir dann beim Right Join. Auch Nulls auf der linken Seite gesehen. Weil wenn wir uns mal den Left Join anschauen. Sehen wir dass einige Datensätze mit Null gekennzeichnet werden. Hier. Weil wir haben hier in der linken Tabelle mehr Datensätze. Als in der rechten Tabelle. Also nicht zu jedem Datensatz aus der linken Tabelle. Gibt es einen Datensatz aus der rechten Tabelle. Deswegen werden alle nicht gefundenen Datensätze dann mit Null belegt. Beim Right Join wäre es ähnlich. Wenn wir in der rechten Tabelle jetzt Urlaubsanträge für Mitarbeiter hätten. Die gar nicht existieren. Aber zum Glück haben wir unser Foreign Key Constraint gemacht. Und das verbietet jetzt das System automatisch für uns. Also ist das nicht möglich. Deswegen ist der Inner Join dasselbe wie der Right Join. In unserem Fall. An Daten. Dann gibt es auch einen Outer Join. Oder Full Join. In dem Fall nicht. Full. Würde dann im Grunde alle Daten anzeigen. Dasselbe wieder Left Join in dem Fall. Aber da muss man sich dann entscheiden welche Daten man sehen will. Man kann hier auch. Wenn wir mal wieder ein Left machen. Ver Statements hinzufügen. Ver E.ID. Also die Tabelle Employee mit der Spalte ID gleich 2. Weil ich will jetzt einen bestimmten Mitarbeiter selektieren. Das führe ich mal aus. Und ihr seid damit habe ich nur die Urlaube für den Mitarbeiter mit der ID 2. Selektieren. Und so einfach gehen im Grunde Joins. Um euch nur kurz diese Venn Diagramme verbildlichen. Um dann vorstellen zu können. Welche Daten selektiere ich mit welchem Join. Ja. Wir sind jetzt bei 15 Minuten. Und ich denke wir belassen uns dabei. In der nächsten. Im nächsten Video machen wir dann noch vielleicht ein paar weitere Tabellen hinzu. Mit weiteren Joins. Und dann würden wir irgendwann diese Datenbank die wir hier aufgebaut haben. In eine kleine Applikation einbauen. Damit ihr auch seitdem man auf Datenbanken zugreifen kann. Ja. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und hoffe dass es euch wieder interessant war. Und bis zum nächsten Mal.